So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, sammle 100 Materialien von jeder Art, heißt 100 Metall, 100 Holz, 100 Stein. Ich habe es gerade schon mal probiert in Gruppenkeile, aber da haben mir anscheinend 1, 2 Sekunden gefehlt. Natürlich die schnellste Variante ist, einen Lama zu finden, aber wie oft findet man noch einen Lama? Wir wissen es selber, vor allem direkt nach der Landung. Aber ich habe gerade schon einen Ort gefunden, aber ich muss jetzt gucken, ob wir den nochmal finden, diesen Campingplatz. Ich bin bald nicht sicher, ob wir es schaffen können. Wenn ich euch mit der Aufführung natürlich weiterhelfen konnte, gerne ein Abo da lasen, ein Like, ich würde mich natürlich wirklich darüber freuen. Und wie gesagt, die anderen natürlich auch, weil desto mehr Abonnenten, desto schneller ist die PDF-Code-Zahl da, weil die nächste Zahl gibt es dann, wenn wir 50 Abonnenten sind. So, gerade mal gucken. Ja, eben bin ich im Star gelandet. Aber da weiß ich jetzt gerade auch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Die werden eigentlich, warum sollte da einer landen? Die meisten werden Retail landen. So, ich muss mich mal gerade stumm schalten. Wie gesagt, es hat vielleicht drei Sekunden war es zu langsam. Weil da sind die Steine direkt davor. Weil wir brauchen ja alle drei Materialien nahe beieinander. Weil da stehen halt die Autos rum, dann die Bäume innen drin noch. Und draußen stehen zwei große Steine. Aber da haben mir eben vier und drei Steine gefehlt. Ich habe gedacht, es werden mehr. Deshalb habe ich die Aufnahmen direkt nochmal neu gestartet. So, jetzt mal mache ich es anders da. Dann mache ich jetzt nämlich einmal hier. Weil eben hat es nicht gereicht, deshalb lande ich diesmal direkt hier. Versucht auch immer das Blaue zu treffen, weil dann habt ihr die meisten Regalien schon, kriegt ihr nämlich mehr. Ja, so, da, 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 komm, schneller. So, die ersten 100 habe ich. Zack. Jetzt hoffe ich, dass ich hier reingleiten kann. Kann ich. Hier zwischendurch. Zack, zack, zack. So, direkt das nächste Auto. Zack. Und direkt an den Baum. gut die aufgabe geschafft wie immer ich spiele die runde immer zu ende das ist ja irgendwie so gang und gäbe aber das war halt im prinzip schon die aufgabe mehr müsst ihr echt nicht machen und jetzt halt direkt hier und eingefallen ich weiß auch nicht warum ich habe zwar noch ein paar aufgaben aber das werde ich separat machen weil ich weiß nicht wenn man irgendwie eine aufgabe sucht will man auch nur die aufgabe haben und nicht noch irgendwie fünf andere wenn ich natürlich eine andere noch mit lösen ist das eher zufall und dann pack ich es halt mit rein aber ansonsten versuche ich schon jede aufgabe getrennt zu machen weil ich weiß selber wenn ich noch eine aufgabe suche da will ich euch 800 mal durchs video skippen und ich weiß auch dass ihr das ganze video nicht guckt wie gesagt wenn ihr bis hierhin geguckt habt schreibt mal nur eins an die kommentare bitte interessiert mich einfach mal wie lange die leute überhaupt sich den kram angucken was ich hier mache weil ich sehe es ja in der wiedergabezeit die meisten sind halt der durchschnitt ist glaube ich zurzeit bei mir zwei minuten noch was so bewegen wir uns schon mal richtigen zonen ach ich werde jetzt gerade ein bisschen gegner territorium aber irgendwo war hier einer da läuft er ich glaube der rechte ich mache kommt noch nicht mal ein bus rein beziehungsweise ein lkw mal springen dann hört er mich nicht so dafür aber wenn ich so ein fliegel hat er hat lange überlebt muss ich sagen aber auch nicht ein headshot dabei so sammeln mal gerade hier noch ein bisschen auf ich habe ja gesehen einer hat hier 34 kills gemacht also ich glaube das werde ich nie hinkriegen selbst wenn hier die hälfte wieder raus joint das hat natürlich auch viel mit glück zu tun ob die leute die vor die waffe laufen ob die schädel in ruhe ist das wird bestimmt auch viel los sein nehme ich mal an das wird auch viel mit glück zu tun weil ich jetzt hat sich die vielleicht ja ich das ist das ist aber ich meine landet hier er baut sich natürlich steigt hoch wo ist er denn hin ich höre ihn hat er direkt drei headshots gemacht oder was das war aber nicht so angenehm hier ein der sich versteckt ich glaube hier wurde nur die kiste auf gemacht hier so oft endzone finde ich hier läuft einer von uns ich bin schon ziemlich früh in der zone jetzt sehe ich hier auch nicht so viele hier 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 werden safe noch mehr kommen schmeckt schmeckt ist klar die sind alle heiß auf den roboter dieser hier ein So, probieren wir es direkt mal weiter Aber wir sind hier auch irgendwie gerade in der Totenzone, finde ich, der gehört zu uns Ach, die Container gibt es ja immer noch Hier rennt irgendwie keiner rum Oh, wo ist er denn? Ich sehe da rein Was? Ja, er geht da gar nicht einschlagen Aber natürlich war er kurz vor dem Tod Ich glaube, ein Hit mehr und dann wäre er da um gewesen Ach, da ist natürlich immer die Scheiße, wenn du angehittet bist So, wo war er? Oh, die haben den schon weggeholt Oh, die sind ja ja natürlich treffe ich nichts rennt aber auch keiner irgendwie rum alle so weit weg von mir ach man darf auch mal in keller abstauben ach ich habe gedacht das wäre einer von mir aber warum schießen denn da mit drauf gucken ob er mich hört ja er hört mich er sieht mich er trifft mich oh gott nicht einen treffer gemacht deshalb lieber rettet die welt ach hier sind sie wieder zu dritt kann sagen der kann doch nur noch fünf leben haben oder so nicht der will auch safe rache dieser hund dieser wille ist eben mal am bell wo ist er zack schmeckt und wieder treffe ich immer drei vier stück die gleichzeitig irgendwo sind oder gar kein wie gesagt ich hoffe ich konnte euch mit dem materialienaufgabe helfen wenn ihr irgendwie noch einen coolen platz gefunden habt dann schreibt es gerne mal in die kommentare weil desto mehr plätze desto leichter wird es auch für die anderen schöner sieg siege holten wir immer mit wie gesagt wenn ich euch helfen konnte lasst gerne mal ein abo da hat ein kommentar mein hund was zu erzählen beziehungsweise wolf wie flippe kriegen wir jetzt eigentlich auch 700 schon so in dem sinne sage ich dann mal haut rein Hi.